Spukschloss heimgesucht. Willkommen zurück bei Let's Play Rayman Legends. Mal gucken, wie ich mich hier schlagen werde. Rette die Kleinlinge. Okay, ich hab... Renn, Rayman. Boom. Auf die Birne drauf und... Weg da, Alter. Ja, Mann, es klappt doch. Oh, es klappt nicht. Es war so gut. Der Anfang war so genial. Aber dann... musste ich ja... sterben. Früher oder später. Passiert das nun mal? Boom. Versuch nur zu schießen, Alter. Triffst mich eh nicht. Ja, Mann. Ja. Mann. Oh Gott. Ich fühle mich so... Pfff. Das war easy eigentlich. Aber besser so als anders. Nicht wiederholen. Jawohl, Mann. Perfekt. Gibt's in jedem... Also in jedem Level dann noch einen Heimgesuchten dazu? So sieht's aus. Also hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. Da ist was. Da sind wir ja stehen geblieben. 20.000 Looms unter Wasser. Hier jetzt. Licht im Dunkel. Spring rein, Junge. Was soll denn das? Oi, 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 oi. Oi, oi. Okay. Aha. Gleich mein Balloons absacken hier. Moment. Ne, da ist nix. Die gucken immer in die falsche Richtung, die Viecher. Mit Viecher meine ich die Gegner. Alter. Werd' halt noch schwieriger. Du Level, Alter. Boom. Den krieg ich. Und das ist wahrscheinlich auch der erste, oder? Ist es der erste? Ist er es? Ja. Hoch, hoch. Boom. Okay. Oh ja. Oh ja. Das hab ich mir gedacht. Ohne Murphy geht hier gar nix, Alter. Wow. Ich hoffe, ich hab jetzt hier alles. Selbst wenn, dann mach ich's halt nochmal. Mein Gott. Alter, wie schnell machst du das? Ne, da rein. Oh, ich hab's geschafft. Oh, das war der richtige kleinen Ding. Nein, nicht drum. Oh Gott. Ich dachte schon. Mein letztes Schminklein hätte... ...geschlagen. Und du, Typ, hast mich echt getroffen. Du mieses, mieses. Nein, nein, nein. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das könnte... ...natürlich ein... ...Geheimeingang sein. Oh, ist das fein. Uh. Alter, bitte. Er hat's fast getan. Aber nur fast. Und noch... ...bum. Also, noch einmal. Noch einmal. Bitte. Den Level machen. Also, diesen kleinen Geheimeingang. Jo. Mann, no meter. So. Flupp. Alter, warum... ...zure Hölle. Nein. Drücke. Drücke. Ahahaha. Mann, Mann, Mann. Diese Art von Leveln. Das ist eigentlich einfach, aber... ...das ist so einfach, dass es schon wieder schwer ist. Da drauf. Hier drauf. Und ja. Na seht ihr, es klappt doch. Wer hätte das gedacht, hä? Immerhin gibt's ein Checkpoint. ...und... Hm. Nein! Er hätte schneiden müssen. Ich seh's. Ich seh's. Und zwar hier runter. Und dann... ...ein Kleidling. Boom. 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 So. Ich hab da doch... ...eine Vergewaltigung gehört. Ich höre eine Vergewaltigung. Eines Kleinlings. Der meine Hilfe braucht. Mist wie? Lass ihn in Ruhe, Alter. Der hat dir gar nichts getan. Moment, ich drück kurz Start. Ja, ich... Boah. Ist es... ...recht schnell. Was zur Hölle? Hahaha. Mhm. Oi. Okay. Hm. Schlecht. Es müsste passen. Ja. Mhm. Habe ich jetzt... Moment, ich drück noch mal Start, um die Bilanz anzugucken. Ein... Spezial-Kleinling fehlt. Oh, Mann. Ach, ist das... ...mies. Okay, er hat's getan. So. Den hab ich. Ah. Ich glaub, ich seh es. Wenn ich es... ...richtig seh. Ja. War zu offensichtlich. Haha. Gut, gut, gut. Ich glaub, einer fehlt noch, oder? Warte mal. Einer und noch einige Looms. Was macht er hier? Ah, er dreht. Alter, lass es mal... ...stehen. Hm. Mann. Hey, da... Ah. Da kam ein Checkpointchen raus. Und hier seh ich doch auch etwas. ...münziges. Boah. Okay, so ist es schlecht. So wiederum. ...münziges. Und durch. Okay. Alter. Hör doch auf. Ey, warum fliegt denn das weiter und hört nicht auf? Hihihi. Fehlt noch einer. Einer fehlt, ja. Boah, heiliger Bim Bam. Flieg runter. So. Ich will den Level noch nicht schaffen. Ist da hinten das Ende? Ja. Aber ein Kleinling fehlt doch. Wo kann der nur sein? Natürlich hier drin, oder? Nee. Hm. Wo kann der sein? Das ist echt... ...die Frage schlechthin gerade. Ach, Mann. Na, immerhin ist der jetzt tot. Und kann mir nichts mehr anhaben. Doch, der hängt da noch. Oh, Mann. Hä, wo kann... Warum kann ich denn nicht mal rein? Ah. Nee, da hinten ist auch nichts. Flieg du mal runter. Und dann gehe ich hier hin, hier hin. Hier hin. Und dann... ...hab ich ihn erwischt? Ich glaube irgendwie nicht. Der Baum ist da wieder noch rum. Ja. Okay, und jetzt noch einmal. Wow. War ein bisschen zu voreilig. Aber nur ein... ...b... ...bieschen. Gut. Drücke. Ich gehe da jetzt mal... Ah, guck mal. Da ist er doch. Perfektus Maximus. Ich schaffus levelus komplettus. Das ist us sehr us gutus. Jo, 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 ho. Weiter geht's. Perfekt. Rette Emma. Schon wieder jemanden zu retten. Aber erst mal... ...rubbeln. Kuscheltier. Ahoi. Kuscheltier. Yeah. Ein Kuscheltier. Okay, okay, okay. Also das Shaolin-Meister-Dojo. Nehmen wir diese Dojos jetzt in letzter Zeit. Rette den letzten Kleinen, bevor die Zeit um ist. Du hast 120 Sekunden. Du hast 120 Sekunden. Nett. Ich hab's gut versucht, aber... Ich darf da nicht dranstoßen, Mann. Ich darf es nicht. Ey. Mann, oh Mann. Hey. Na ja, ja, dann halt noch einmal. Lalalala. Gut. Mann, den hab ich... Nein. Alter. Nein, den hab ich nicht. Hey. Hey. Ich verliere doch meine ganze Zeit. Hey, hey, hey. Mann. Alter Schwede, komm. Machen wir gleich nochmal hier. Level neu starten, bitte. Ja, ich weiß, wie viele Sekunden Zeit ich hab. Das ist mir jetzt schon... Bewusst. Gut. Perfektus. Komm her. Gut. Gut. Oh Gott. Ganz langsam. Flieg doch. Alter, aber nicht so. Komm. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Ich vergesse immer X zu drücken dabei. So ein blöder Mist. Ich hab' ich. Und... Das Ding auch. Gut. Gut. Alter, wollen die mich verkack-eiern. Noch schwieriger kann man ja ein Level nicht gestalten. Komm schon. Komm schon. Es geht eigentlich. Diese Level gehen. Aber... Ein bisschen schwierig sind sie schon. Alter, wie soll... Heiliger... Strohsack. Wow. Okay, komm. Ich hab nur noch ein paar Sekunden. Kleine Linge. Ah. Gut, gut, gut. Alles im Lot. Es ist alles im Lot. Ui. Es ging, es ging und es ging. Noch eine gerettet. Das ist Emma. Natürlich darf man die Kleine Linge auch nicht vergessen. Yeah, Emma. Hi, hi, Emma. Ah, hi. Okay. Wie viele Level gibt es da noch? Oh mein Gott. Aufzugattacke. Glückslose. Oh, ein Kuscheltier. Oh Mann, Alter. Also gut, hier. Was steht hier? Aufzugattacke. Tja, was soll ich sagen? Die Folge endet hier und wir sehen uns dann bei der nächsten. Mach's gut. Ciao.